Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück in die Gilde 2. Wir sind auf dem Weg zu einer neuen Angebeteten, hoffentlich Angebeteten. Ja, wenn die jetzt hier bei uns sowieso gerade vor Ort ist, dann wäre das natürlich genial. Das wäre gut. Ihr habt das gewisse Etwas. Darf ich euch ein Stück begleiten? War gut aus. Ja, doch. So, dann machen wir es nochmal so. Ähm. Halt. So, sauber. So, ich bin mal gespannt, ob es langsam was wird. Ja. So, wir werden jetzt mal zum Markt nochmal Parfüm holen. Diesmal hoffentlich für die richtige. Und halt dem natürlich. Cui bono. Ich werde nochmal in Altersschwäche sterben hier. Zum Glück arbeiten hier die wenigstens alle. Okay, die nicht mehr. Sehr gut. Das heißt, wir werden jetzt hier reinpacken und den Karren zum Markt schicken. Er wird, davon wird, hier hinfahren und erstmal abladen. Und der Karren rollt. Dann. Wir müssen auf jeden Fall dieses produzieren hier. Natürlich. So, natürlich, ne? Herunterpacken. Herunterpacken. Sehr schön. Auch ein Lavendel wieder. Ich kaufe es jetzt erstmal. Das ist das. Was ist? Ach, zwar. Da haben wir sie. Da haben wir sie. Komm ich. Du, er prima. Meine Dynastie trauert. Ja, guck, wie schnell es geht. Dann trauert sie. Ich brauche auf jeden Fall Punkte, um Level aufzusteigen. Ich frage jetzt, wo sie ist. Das? Oh, woher wusstet ihr? So was suche ich schon lange. Sehr schön. Na ja, nochmal. Ein Kompliment machen, da. So, wir gehen jetzt auf. Und sagen. Divide et impera. Das war schön. Danke. Die Rechtsprechung wurde geändert. Sehr schön. Die Produktion wurde unterbrochen. So. Mal hier die ganzen Zubank. So. Du wirst wieder warten, ne? Und nun? Ja, und nun warten wir mal. So. Ich sehe jetzt auf jeden Fall. Genau, der Karren müsste hier irgendwo sein. Er ist nicht da. Der Karren knarrrt. So. Ach, regnet es. Wie sau regnet es hier. Jetzt müssen wir mal schauen, was der Transport noch drin hat. Wenn ich das alles rauskaufe, dann brauchen wir Lavendel. Da haben wir 20 mit. Und wir brauchen, ne? Was noch? Honig. Wir speisen, ne? Die Rechtsprechung wurde geändert. Die Ladefläche ist voll. Okay. Dann der einmal hierhin zurück. Und leer. Der muss nochmal wieder Kompliment machen. Bitte. Ich dachte schon, ich bin mit dem Wasser. Ja, wer weiß, wo die sich gerade rumbleibt. Ich weiß auch nicht, wo die andere hin ist. Da waren wir schon so weit. Ihr seid gut gebaut. Das log ich mir. Ja. Schöne, breite Hüften zum Gebären. Die lieben Worte, mein Herr. So, das haben wir auch wieder. Sehr schön. Was können wir denn kaufen alles hier? Nicht immer Duft sein. Speise, Rohstoffe, Eisenware. Silberring. Günstiger als... Also, wir sind nicht auf dem Markt. Was nun? Einfach auf dem Markt. Der Tag ist um. Sommer 1420. So, das sind wir hier. Und den werden wir ihr schenken. Wir hauen jetzt voll in die... Voll. Wir gehen jetzt voll in die Folge. Dann ist hoffentlich hier auch mal, ne? Eine Handwerkerin. Das heißt, wir können dann auch schön... Die Frage sind wir schon aufgeschrieben, ne? Ich gehe noch diese 25. Kugito ergo sum. Dann wieder hier hin. Und ich schon mehr hier an der Kruft als der Leichenmann selber so. Das haben wir. Was fehlt denn? Gar nichts, ne? Haben wir genug? Da. Passt. Frage, was wir hier mit Erweiterungen machen können? Das war gar nichts, oder? Ja. Wir müssen in die nächste Stufe aufsteigen. Beati Pauperis Spiritu. So. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank. Jemand hat sich in euch verliebt. So, dann machen wir hier direkt einen Heiratantrag. Das nützt nichts. Wollen wir heiraten? Was sagt ihr? Ja. Vom Geld her leider müssen wir hier an Ort umstelle nehmen. Oh. Ja. Geht jetzt ein bisschen schnell, aber wir müssen jetzt auch mal schauen, dass wir... Feierabend? Was ist das? Keine Müdigkeit vorschützen. Ah, doch jetzt. Guck mal. Sehr schön. Ihr küsst sehr gut, meine Dame. Jetzt die Frage, wo ist das mit dem... Soll ich helfen? Wir gehen einmal ins Haus. Ich hoffe, dass wir es da machen können. Meine. Grün, ja. Guck mal. Guck mal. Guck mal. krisen hört sich blöd an aber wir brauchen kinder was dann jetzt die gusung krisen beati pauperes spiritu alle jagd da ist weiß nicht mein haus was ist alles jemand ruhige arbeit heißt die hütte hier heute erweitert war das geld erst mal beati pauperes spiritu wagen gemeinsame nacht verbringen so die verschwinden jetzt in am vorhang wie wäre es wenn wir gemeinsam von mir aus euer gebäude wird geplündert der plündert hier im button aber ob es erfolgreich ist dann tut man nix sehr gut ok und können jetzt hier weitermachen sehr gut das passt alles wo wir haben nix unten drin aber warum alles leer gekauft oder die haben alles geplündert denn hier aus wahrscheinlich müssen wir erst aufsteigen erdäpfel was sind erdäpfel kann man mache mich ans werk haben wir noch genug reife aber nicht mehr noch sehr schön ich hoffe dass wir jetzt ein paar euro mehr bekommen so ein kind erwarten wir das ist schon mal sehr gut das heißt wir können uns jetzt wieder rein ums geschäft hier kümmern die rechtsprechung wurde geändert wollte er weiter nicht wir können mal schauen ob er jetzt doch er hat auch nicht mehr ähm das sind 60 ach ne fähigkeiten Ah. Ich glaube in dem Stationspunkt war gebildet. Noch mal so gebildet. Sehr schön. Zweiten haben wir drin. Auch jung. Die Wiener. So läuft jetzt hier gar nichts. Da geht weiter. Wir machen Ringe. Einer macht das Zeug. Der zum Verkauf anbieten. So. Ich würde erweitern. Eigentlich jetzt dann. Ich würde erweitern. Ich würde erweitern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist generell kein schönes Ding. Einmal reinschauen. So. Warum? Und hier schauen. Das steht Lavendel, ne? Nochmal Lavendel. Bin sofort da. Ich eile. Bin sofort da. Sehr schön. Lavendel hier. Duft. Wach. So, der ist auf dem Weg dahin. Wie viel Geld wir bekommen für dieses Heilmittel. Heilmittel. Wir sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. So.